Wann mach ich denn noch mal ne Kiste? Einmal außenrum. Ja, genau, in der Mitte hol. Oh Gott. Genau. Ich sag ja, ich hab im Moment so viel in den Essentials und so Dateien rumgewirkelt, dass ich... Rumgewirkelt? Rumgewirkelt. Du hast schon richtig verstanden. Da hättest kein Wasser dran, weil der Sand da voll ist, oder was? Oh, da hat mir jemand Glas in die Kiste gelegt. Ja. Ist aber nett. Ich weiß, ich bin auch nett. Meine Frau macht in der Küche gerade irgendwas kaputt. Wo ist er eigentlich? Ist er auch mal schön. Ja, das ist ein bisschen Abwechslung, muss halt auch mal sein. Ja, ja. Meinst du? Haha, jetzt hab ich ein Feld, jetzt hab ich wissen, ein Doppelfenster. Uuuuh, cool. Wenn jetzt irgendjemand von euch schreibt, dass das aussieht wie ein Bunker, ne? Das ist mein Glück auf heil. Wie ist das nochmal? Okay, es sieht ein bisschen aus wie ein Bunker, ich geb's zu. Ein bisschen. Äh, super. Ach. Was, findest du es aus wie ein Bunker? Ach, guck mal, hier ist Kohle. Ich seh's gerade nicht, aber ich kann's mir vorstellen, wie's aussieht. Ja, ein Bunker. Kannst du gar nicht. Oh, Kohle! Ein Bunker mit zwei Fenstern wahrscheinlich. Nein, drei. Achso, ja, dann... Sogar Doppelverglasung, ja? Boah. Ja, ja, bestehe ich drauf. Hat man auch nicht alle Tage. Ja, so seh ich das nämlich auch. Wird das hier? Nach was sieht's denn aus, G-S-G? Stönen, stönen, stönen. Ich hab nicht gesehen, ich hab gesagt, wem. Achso. Oh, es wird schon wieder dunkel, ne? Bei mir kam irgendwie an, was wird das hier? Wem, wie wird das hier? So. Ich bin in meiner Hütte. Ich bin in meiner Hütte. Bei Steve. Ja. So. Ähm. Packeln mach ich doch mit Sticks und zwei Kohle, ne? Ne, ein... Ein, äh, zwei... Ein Kohle. Ein Kohle, ein Kohle. Ein Kohle und zwei Sticks, ne? Ne, ein Kohle einzig. Achso, du warst sofort dran. Äh, so irgendwie. Ach ja, ich seh das. Ah, Mann. So mit der Fackel in der Hand sieht man sogar was. Ja. Und so, zack. So, ich hab jetzt erstmal vier Fackeln im Haus, damit ich was sehe und immer noch kein Dach. Dann solltest du dir mal ein Dach bauen. Irgendwie schon, ne? Ja. Boah, ich dachte, ich dachte ja in unserer vorigen Welt, dass wir wirklich Hungersnot haben, aber das hier ist noch viel schlimmer. Ja, deswegen heißt das ja auch Survival, ne? Ja. Die Region ist halt toll ausgesucht. Ja. Ich weiß. Ich kann da nix... Ich kann da tatsächlich nichts für. Ja, ich auch nicht. Die haben so nix. Aus den Teilen kommen auch Samen raus, dann. Samen raus. Dann mach ich die doch auch mal kaputt. Wusste ich gar nicht. Weißt du's. Ja, wir haben auch. Die hab ich jetzt auch nur durch Zufall entdeckt, weil ich aus Versehen da auf einen draufgelaut hab. Wo kommen denn Samen raus? Auch aus diesen hohen Streuern da, aus diesen Halkons. Achso, jaja, da kommen auch Samen raus. Wusste ich gar nicht. Auch nicht. Ja. Ähm, so. Gut ist. Hi Steve. Hallo. Bist du ja gut? Halt grad nicht neben mir? Nein, ich will dir. Ich geh, war das. In dem Moment, wenn man sich doch lügen will. So, so, so. Eigentlich nur nachher so, auf der Suche nach was Essbarem. So, jetzt hab ich noch ein Dach. Und ich spinne. Die kann aber nicht essen. Also das Spinnenauge essen. Da ist schlecht. Boah. Ja. Ich seh's schon kommen. Ich verlaufe mich hier gleich, weil ich die ganze Zeit drauf konzentriert bin, irgendwie an Weizenkörner zu kommen. Das ist ein... Das würd ich mir zutrauen. Könnte gut sein. Ich glaube, ich werd's jetzt erstmal als Haus hier benutzen. Und, äh, wenn ich dann später ausbaue, ist das hier einfach mein Schuppen für Zauberbücher und Kisten und so, weißt du? Ich werd mein Dreckding später wieder abreißen. Echt? Ja. Komisch, ne? Hallo! Wie es geht. Na, sieht doch nett aus, oder? Der geht einfach wieder ohne... Das ist ein blöder Arsch. Weißt du, der geht einfach wieder ohne was zu sagen, ne? Das rückwärts. So, draußen mal ein paar Fackeln anbringen, dass ich mein Haus auch im Dunkeln wieder funge. Ah, jo. Was macht der Steve eigentlich? Von dem Bautmann nix. Der ist wieder so leise. Der baut, ist der... Der beim Bauen immer. Ich bin für mein... Haus, wo ich jetzt... Bade. Bin ich platt. Was war der Macher? Mit... Mit Dreck kann man mal so überhaupt nix machen, ne? Da ist doch ein Hausbau, du hast ja bei mir gesehen. Ja, du... Was ich mache, hat... äh... einen Sinn. Oh, ne. Krieger. Was ist denn? Ja. Was ist denn? Ja. Was ist denn? Belichtungsfehler? Ja, hier ist auf einmal das Licht abgeschnitten. Wo am Feld, oder was? Ja. Wo bist du denn? Wo ist denn dein Feld? Ach da. Wo ist da das Licht abgeschnitten? Bei mir ist... Hier das Licht abge... Oh, jetzt nicht mehr. Na ja, bei mir nicht. Na ja, bei mir ist... Aber warum gerade die Dinger Weizen droppen, weiß auch keiner, ne? Ne. Weil es so... Vergleichen mit Heizen. Minecraft geht. Bei Minecraft geht das. Ja, ich hab noch, ähm... Pilze. Da unten ist der GSG. Ja, schau mal. Jetzt hier Setzlinge hin. Mario? Ja. Soll ich dir mal was zeigen? Ja. Schau mal mit. Ja. Was denn? Alter! Ne, ne, aber hier ist hier. Wow! Okay. Hast du die gerade gegraben, oder was? Ne, die ist... Die war so. Hatte ein Glück! So. Feld ist, äh, angebaut. Jetzt muss das Ganze nur noch wachsen. Geh mich mal grad ein bisschen bedienen, Chris. Was ja nur Jahrtausende dauern kann. So, hier ist nämlich wie einer von diesen Viererbäumen. Holzt den nieder. Holzt ihn nieder! Immer wieder! Brauchst du noch ein Weizenkorn? Ich hätte noch eins. Ja, ich bin in deinem provisorischen Keller gerade. So, ich geh nochmal zu den Hühners. Hühners? Ja, Hühners. Renate Hühners? Ach nee, der heißt ja anders, ne? Da ist ein Creeper. Wenn der hier in die Luft geht, dann war es das mit Hühners. Achso, ich dachte, dann wäre dein Haus aus Dreck weg. Ja, das wäre nicht so schlimm. Das kann ich ja in der Minute wieder aufbauen. Creeper! Das war was, Creeper. Waren aber nicht die Hühner. War hinter Chris' Haus. Aber deinem Haus ist nichts passiert. Das habe ich bis hier unten in den Keller gehört. Ja, aber ich meine... Das war an meinem Haus. Jetzt sehe ich aber auch wieder was. Ja, deinem Haus ist aber nichts passiert. Hinter deinem Haus war das. Creeper! Ich habe angefangen zu rennen, als du gesagt hast, Creeper. Wo war der denn Creeper? Irgendwo hier hinten, glaube ich. So, habt euch mal Liebhühner. Genau. Der Mayo kennt das so mit den Türen nicht. Ach, du meinst mit Türen zumachen? Ja. Nee, nee, das habe ich nicht so drauf. Mit Blümchen kann man eigentlich nichts machen, außer Deko, ne? Doch, Farbe, oder nicht? Äh, ich glaube aus manchen. Aber nicht aus allen, oder? Oder doch? Egal, ich sammle auf jeden Fall auch mal Blumen. Ich bin ja dafür, dass wir jetzt mal einen Stall bauen. Da ist ein Hase! Da unten ist doch so eine ganz kleine Freifläche. Ich habe den Hasen gekillt! Ich habe endlich dieses scheiß Karnickel gekillt! Das mich schon irgendwie jetzt von Anfang an der Session genervt hat. Ich habe es getötet. Das Putter macht. Äh, Nick, ist das hier der Anfang der Farm hier am Wasser, oder hat die jemand anders gebaut? Hast du jetzt wieder eine Blume? Das ist alles meins. Du meinst unser. Ja, aber ich habe es gebaut, wollte ich damit sagen. Bitte? Soll ich dir eine Blume bringen, Steve? Ja, gerne. Das wird dann die Blume des Symbols. Aha. Bis ich wieder vorbeikomme und dir eine Hecke baue, ja? Schneid dir sonst was ab, Alter, wenn du hierher kommst. Ja, also, an eurer Stelle würde ich auf jeden Fall dranbleiben, denn im Laufe des Spiels werden wir uns auch gegenseitig so ein bisschen trollen. Und ich weiß für meinen Teil schon, mit wem ich anfange. Ich noch gar nicht. Ich weiß nicht. Ich bin wahrscheinlich sowieso wieder der, der einfach zurück trollt, wenn er getrollt wird. Du wolltest es noch schon mal gesagt haben. Ich weiß nicht. Hat hier jemand Bäumchen gesetzt vor so einer Hütte aus Stein, die in den Berg führt? Ja, doch. Äh, das ist meine, ja. Achso, hast du die Bäumchen da draußen gesetzt, die drei? Nee. Ich habe die wahrscheinlich abgesäuert. Ah, du brauchst eine Kohle? Ja, bitte, wenn du hast. Machst du eine Aschaffen? Boah. Was? Der macht dir die... Geh... Wo bist du? Da hat deine Bäume kaputt gemacht. Warst du... Ist das Eisen? Was? Nein, nein. So, ich dachte schon. Wenn ich Eisen hätte, hätte ich... Alter, wie viel Öfen! Ach, komm. Brauchst du Kohle? Kannst du haben. Ich habe genug. Ja, bitte. Ich brauche einfach nur kurz einen Ofen. Darf ich mich bedienen an der... Das sind nur vier Stück, ne? Ja, brauchst du noch mehr? Da. Ich habe mir jetzt Kohle gegeben. Oh, danke schön. Ja, das ist nett. Hallo, GSG. Ein breiter... Du machst meine Bäume nie wieder kaputt. Ey! Hört auf! Hallo! Ich... Ich wisch mich da nicht an. Ich habe eh nur ein Herz. Macht, was ihr wollt. Hört auf! Hört auf jetzt! Hört auf! Es geht beide raus gleich. Reicht dir. Wer hat meine Bäume kaputt? Geht's euch nicht gut? Wie kannst du... Warum stellst du drei Bäume in die Gegend? Die wachsen doch nicht. Woher hast du die? Mach... Willst du was zu essen? Äh... Nein, das ist Fleisch. Möchtest du? Ja, hoppla. Äh... Danke. Bitte schön. Ja, hoppla. Ja, hallo! Oh, ey. Was? Hast du wieder aufgenommen? So, jetzt können die Hühner auch in den Stall rein. Ach Gott, ey. Das ist dann ein bisschen leichter zugänglich. Selber gemacht. So, kommt mal raus da und kommt mal mit da. Klar, ich stehe. Möchtest du jetzt was zu essen? Ja oder nein? Äh... Okay. Ach, das ist schon gebraten. So, tack. Das ist schon gebraten, ja. Hast du noch was? Nee. Gees, gehst du noch was? Wo ist denn hier? Ach, da ist der Eingang. Ich hab nur ein Herz. Danke. Nick, wo bist du denn? Hühnerstall. Wo ist der Hühnerstall? Da oben? Ein Stückchen. Hier. Ein paar Meter von deinem Haus weg. Ach, sehr nett. Ist doch super, ne? Das ist gut, ja. Die wollen gerade nicht. Naja. Der ist aber eine schöne Aussicht vom Haus. Äh... Wenn ich die mit Mais anhaue, machen die Liebe. Mit Weizen, ne? Ja, mit den Körnern. Aber gerade geht das nicht. Gerade haben die keinen Bock. Also das da vorne schon, glaube ich. Aber alle anderen irgendwie nicht. Äh, Moment. Ja, doch. So. Aber die anderen wollen gerade sowieso nicht. Die habe ich erst hier gefüllt. Ja, die anderen haben keinen Bock gerade. Ja, genau. Die haben quasi auch einen Cooldown. Wenn man so... Ja, schön da drin bleiben. Ja, echt mal. Die brauchen wir noch.